einen wunderschönen wünsche ich euch herzlich willkommen zurück zu dead by daylight survivor fang gleich mal an ich spiele heute mit mag wir sind in raccoon city ich bin ja mal gespannt manu So viel zu dem Zähler, ich spiele mit Max. Ich hänge mal ab. Erdoll! Hm. Was ist der Mann? Er rennt dort rein. Er rennt zurück. Na gut, dann eben nicht. Hinten ist mein Splitter. Ich muss irgendwie dahinter. Will ich dich heilen? Das kriege ich auf der Reihe. Okay, der hat sich freigewickelt. Ah! Oh mein Splitter! Ich wüsste, wo der ist. Der jagt gerade, aber wo? Ich komme gleich. Ich gucke gerade, wie ich an meinen Splitter rankomme. Ah! Alles klar. Eher wenigstens was. Unden. Wo ist die Idee? Oh, ich gucke! Oh, ich gucke auch. Oh, ich gucke auch. Falschseite! Ich will Gott sagen, ob ich jetzt vorbei bin. Hinten ist der letzte Splitter und dann muss ich hin. Das hoffe ich doch, kriege ich hin. Weiß ich nicht, ob die hier herkommen? Ja, also der kommt. Ah, der hat keinen. Gut. Mach du den mal, ja? Aaaaaah! Wo ist denn jetzt hier noch ein Gin? Ich weiß es nicht! Ich weiß es nicht! Oh, doof! Oh, meine Spaltervergabe ist wieder fertig! Ich weiß es nicht! Ich weiß es nicht! Ich weiß es nicht! Ich weiß es nicht! Okay? Hauptsache jetzt kommt nicht die Nötschalle! Ich weiß es nicht! Ich bin tot, wenn ich noch mal gehe! Achso! Ich will da nicht noch mal reingehen! Wenn du mich erwischst, bin ich tot! Und ich kann nicht so gut weg ran! Das ist genau das! Ich weiß es nicht! Ich traue mich nicht! Ich bin der Schisser! Ich habe mich so oft schon für andere! Nee! Leute! Äh, äh! Ganz ehrlich! Ich bin tot, wenn der mich erwischt! Ich weiß es war scheiße, ich hätte vielleicht mit als Ablenkungsmanöver reingehen können, aber ich bin tot! Und ganz ehrlich, da habe ich keinen Bock drauf! es tut mir so leid für die. genau das meine ich nämlich. da der eine rausgerannt ist. kämpfen. zum schluss noch campen. das ist immer das gleiche dir aber. oh Es tut mir so leid. Echt. Ich habe trotzdem ein GG raus für die anderen. Wir haben echt gekämpft. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen, rastischen Tag und freue mich natürlich auf die nächste Folge. Und dann bei Deloitte Survivor. Bis dahin. Ciao.